Hallo und herzlich willkommen bei Bottsportstech. Es freut mich, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Während die Hersteller von Smartwatches ihre Uhren mit immer mehr Sport- und Gesundheitsfunktionen ausstatten, versuchen die Hersteller von Sportuhren, ihre Uhren immer smarter zu machen. Auch Garmin versucht den Spagat und schickt mit der Venue 3 eine smarte Sportuhr ins Rennen. Wie smart die Uhr tatsächlich ist und wie viel Sportuhr noch übrig ist, das habe ich für euch getestet. In diesem Sinne würde ich sagen, vernommen wir keine Zeit und legen los! Die Uhr gibt es in zwei Größen, 45mm und 41mm. Die 41mm Variante nennt sich Venue 3S. Bei der 45mm Variante hat man die Auswahl zwischen einer weißen und einer schwarzen Version. Bei der schwarzen hat man neben dem Silikonband auch die Möglichkeit, sich die Uhr Mittelederband zu bestellen. Die 41mm Venue 3S hat sogar ganze sechs Modelle. Hier gibt es die Variante French Grey Softgold, dann Kieselgrau Schiefergrau, Salbegrau Silber, Dann gibt es die Variante Dust Rose Softgold, Dann gibt es Elfenbein Softgold und dann noch French Grey Softgold mit einem Lederband. Die Uhr verfügt über ein Corning Gorilla Glass 3 Display und eine Lünette aus Edelstahl. Das Gehäuse besteht aus faserverstärktem Polymer. Die Armbänder sind 22mm Armbänder bei der größeren Variante und haben einen Schnellverschluss. Da kann man die relativ einfach wechseln. Bei der Venue 3S sind es 18mm Bänder. Das Gehäuse der Venue 3S ist 45mm im Durchmesser. Die Uhr ist 12mm dick. Das Gewicht beträgt 46g mit dem mitgelieferten Silikonband und 42g mit dem Lederband. Die Venue 3S hat einen Durchmesser von 41mm und ist 12mm dick. Das Gewicht dieser beträgt 40g mit Silikonband und 34g mit dem Lederband. Das Display ist ein AMOLED Display mit 1,4 Zoll. Hat eine Auflösung von 454x454 Pixel bei der Venue 3. Und 1,2 Zoll bei der Venue 3 mit einer Auflösung von 390x390. Die Uhr ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 5 atm und verfügt über einen eingebauten Lautsprecher sowie ein Mikrofon. Welche Funktionen haben die Tasten bzw. wie steuert sich die Uhr? Also beginnen wir mit der Taste rechts oben. Wenn ich die einmal drücke, komme ich zu meinen Aktivitäten bzw. auch zu meinen Apps wie Brieftasche, Telefonfunktion etc. Wenn ich die Taste länger gedrückt halte, komme ich in mein Steuerungsmenü, wo ich einfach schnell Zugriff zu diversen Funktionen habe. Wenn ich die Taste in der Mitte drücke, komme ich zu meinen zuletzt verwendeten Funktionen. Wenn ich die Taste länger gedrückt halte, aktiviere ich den Sprachassistent. Es ist dazu zu sagen, dass die mittlere Taste konfigurierbar ist. Das heißt, egal ob ich sie einmal drücke oder gedrückt halte, die Funktion, die dann ausgelöst wird, das kann ich mir frei einstellen. Die Taste rechts unten führt mich ein Menü, wo ich die Möglichkeit habe, meine Displays zu ändern, dann bei Uhren mir einen Alarm-Timer etc. einzustellen oder generell systemrelevante Einstellungen zu verändern. Zusätzlich gibt es auf Tour eine Geste, die ich konfigurieren kann, und zwar das Wischen von links nach rechts. In meinem Fall habe ich mir die Taschenlampe eingestellt, aber ihr könnt euch da andere Funktionen ebenfalls einstellen. Beim Sport schaut das Ganze so aus, dass ich die Aktivität mit der Taste rechts oben starte und auch beenden kann. Ich lasse das jetzt weiter laufen, ich habe auch die Möglichkeit mit der Taste rechts unten Runden zu setzen. Wie man sieht, das Mikrofon wird hier gut eingesetzt, ich kann das aber auch deaktivieren, wenn ich das nicht möchte. Ansonst muss ich mit den Fingern durch die Saiten blättern. Wie sieht es mit der Akkulaufzeit aus? Im Smartwatch Modus schafft die Venue 3 14 Tage oder bis zu 14 Tage bzw. 5 Tage mit aktiviertem Always On Display. Die kleinere Variante, die Venue 3S schafft 10 Tage bzw. 5 Tage mit dem Always On Display aktiviert. Im Batteriespar Modus schafft die Venue 3 bis zu 26 Tage, die Venue 3S bis zu 20 Tage. Im GPS Only Modus schafft die große Variante 26 Stunden, die kleinere bis zu 21 Stunden. Alle Systeme aktiviert, die Venue 3 20 Stunden, die Venue 3S bis zu 15 Stunden. Und habe ich alle Systeme aktiviert plus Musik, dann schafft die Venue 3 11 Stunden und die Venue 3S bis zu 8 Stunden. Beim Test der Uhr habe ich sie zum ersten Mal nach 8 Tagen aufgeladen. Das entspricht ca. 12,5% Akkuverbrauch pro Tag. Ich habe in dieser Zeit ca. 3 Stunden GPS-Aktivitäten und 3 Stunden Nicht-GPS-Aktivitäten mit der Uhr aufgezeichnet. Generell kann ich sagen, bei GPS-Messungen, d.h. beim Laufen, Radfahren habe ich ca. 4% pro Stunde verloren. Das Ganze würde zu einer maximalen Akkulaufzeit von 25 Stunden führen. Bei alle Systeme aktiviert, muss ich auch dazu sagen. Somit hat die Uhr bei meinem Test sogar besser abgeschnitten als die offiziellen Angaben von Garmin. Welche Neuerungen bringt die Uhr? Neben dem Sleep Tracking gibt es jetzt auch den Schlafcoach. Dieser empfiehlt mir, wie viele Stunden ich schlafen soll. Diese Empfehlung unterliegt verschiedenen Faktoren, wie dem Schlafprotokoll, meinem Aktivitätsprotokoll, meinem HRV-Status, das ist jetzt ebenfalls neu auf der Venue-Serie, und ob ich Nickerchen gemacht habe. Ja, das ist ebenfalls neu, die Uhr kennt jetzt endlich Nachmittagsschläfchen oder so wie ich es persönlich gerne mache, auch Powernaps. Ebenfalls neu dazugekommen sind der Morgenbericht und die Tageszusammenfassung. Nach dem Aufwachen gibt mir der Morgenreport Einblick in die in der Nacht gesammelten Metriken, das heißt zum Beispiel Schlaf, HRV-Status etc., sowie anstehende Termine. Diese Informationen, die ich in der Früh bekomme, kann ich natürlich individuell anpassen. Die Tageszusammenfassung auf der anderen Seite gibt mir ca. 2 Stunden vor dem Schlafengehen eine kurze Bewertung meines Tages, wie sich meine Aktivitäten bzw. Entspannung auf meine körperliche und geistige Gesundheit ausgewirkt hat. Für laufende Menschen ist es normal, dass die Schritte am Tag erfasst werden und daraus die Distanz berechnet wird. Rollstuhlfahrer haben diese Möglichkeit nicht. Das ändert Garmin jetzt und führt den sogenannten Rollstuhlmodus ein. Rollstuhlfahrern haben somit die Möglichkeit, die täglichen Schübe zu erfassen. Zusätzlich gibt es diesbezüglich neue Aktivitätsprofile sowie animierte Workouts. Also ich persönlich muss sagen, ich finde, dass das wirklich eine tolle Sache ist. Ebenfalls neu habt ihr jetzt die Möglichkeit, Intervalle direkt auf der Uhr zu erstellen, entweder offene oder strukturierte. Und wie das Ganze ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Um ein Intervall zu starten, gehe ich in meine Lauf-App hinein, gehe weiter zu meinen Intervallen und habe hier die Möglichkeit, offene Intervalle zu machen bzw. strukturierte Wiederholungen. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, wenn ich auf den Bleistift gehe, mir alles entsprechend einzustellen, was ich leider nicht kann. Das habe ich auch bei der Phoenix 7 schon kritisiert. Ich kann mir leider Gottes keine Pace einstellen, das wäre für mich persönlich wichtig. Wenn ich einmal spontan auf der Laufstrecke einen Intervall mache, dann muss ich mich halt mit dieser Möglichkeit zufriedengeben. Nach jedem Workout bekommt ihr jetzt auch ein Feedback in Form des Trainingseffekts. Dieser gibt in einer kurzen Beschreibung wieder, welche Auswirkungen euer Training gehabt hat. Zusätzlich bekommt ihr jetzt auch die Regenerationszeit angezeigt. Somit wisst ihr, wie lange es noch dauert, bis ihr vollkommen regeneriert seid. Eines der großen Highlights als die 7x Pro Serie bzw. die Epix Pro Serie eingeführt worden ist, ist der neue optische Herzfrequenzmesser der Elevate Generation 5. Und diesen spendiert Garmin jetzt auch der Venue 3. Dieser ist ein wenig größer und lässt dadurch weniger Licht von der Seite zu, was dem Sensor hilft, genauere Messungen durchzuführen. Laut meinen Informationen soll dieser auch EKG und Temperaturmessung unterstützen. Wann das Garmin aber aktiviert, weiß man noch nicht. Die Venue 3 bekommt auch einen neuen GPS-Chip. Damit ermöglicht Garmin der Uhr auf mehrere GPS-Systeme zuzugreifen. Das heißt, die Uhr kann dann GPS, Galileo, Gloss, NAS etc. auf diese ganzen Systeme gleichzeitig zugreifen. Aber es ist kein Dual-Band-Chip. Dass das Ganze aber gar nicht so negativ sein muss, das zeige ich euch dann im späteren Verlauf des Videos, wenn wir uns die Ergebnisse der GPS-Messung anschauen. Von der Venue 2 übernommen hat die Uhr Lautsprecher und Mikrofon. Ich habe somit die Möglichkeit, Telefonate zu führen. Ich kann ein Gespräch annehmen oder Kontakte, die ich zuvor in der Garmin Connect App gespeichert habe, anrufen. Ebenfalls hier eine kleine Demo. So, mein Lieben, so hört sich die Qualität an, wenn ihr über die Uhr telefoniert. Die ist jetzt nicht mega gut, aber auf jeden Fall ausreichend. Eine Neuigkeit gibt es auch bei den Benachrichtigungen. So habe ich jetzt die Möglichkeit, mir Bilder auf der Uhr dastehen zu lassen. Es gibt aber eine Einschränkung. Das Ganze funktioniert nur bei Android-Smartphones. Beim iPhone geht das leider nicht. Solche Funktionen reserviert sich Apple exklusiv für die Apple Watch. Wie das Ganze aussieht, das habe ich euch bereits in einem Short-Video gezeigt. Für die Leute, die das vielleicht noch nicht gesehen haben, bitteschön. So, meine Lieben, viele von euch wollten wissen, wie das bei der Venue 3 auf Android aussieht mit Benachrichtigungen. Wie ihr hier seht, habe ich mir eine Nachricht geschickt. Ich habe die Möglichkeit, hier zu reagieren, alles gelesen zu markieren oder natürlich auch vorgefertigte Nachrichten zu verwenden oder ganz unten mit der Tastatur eine Antwort zu schreiben. Ich schreibe hier mal ganz schnell Hallo und schicke das Ganze dann retour. Das funktioniert relativ gut. Wie es mit Fotos aussieht, wenn ich mir Fotos schicke, dann lädt das kurz. Im Anschluss wird das dann dargestellt, man kann es aber nicht antippen oder sonstiges. Also so wie das da jetzt dann aussieht, so ist das fertig. Ich kann mir auch Sticker schicken, da ist das gleiche. Lädt kurz und stellt dann den Sticker dar. GIFs und Videos funktionieren leider nicht. Wie gut hat die Pulsmessung bei der Venue 3 funktioniert? Mein erstes Beispiel ist ein ganz normales Laufbeispiel. Ich würde sagen, es ist einfach ein Standardlauf. Bei solcher Art von Läufen gibt es bei der Venue 3 keine großen Überraschungen, wie bei der Apex Pro oder der Venue 7 Pro Serie, die ebenfalls den neuen optischen Herzfrequenzsensor, oder den Elevated Generation 5 haben, ist hier das Ergebnis sehr gut. Es gibt eigentlich nichts zu kritisieren. Also ich würde hier eigentlich nichts finden. Das Beispiel hier ist ein Intervalltraining. Hier bin ich 10 mal 100 Meter gelaufen. Natürlich ist das schon ein bisschen herausfordernder gewesen. Jedoch macht die Venue 3 ebenfalls eine gute Figur. Das einzige, das auffällt, ist, dass die Uhr bei den ersten beiden Intervallen leichte Probleme hatte, aber danach eigentlich sehr verlässlich war. Wie so oft kann man halt die klassische Verzögerung der Pulsmessung erkennen. Beim Radfahren fand ich die Leistung gut. Zwar nicht perfekt, denn durch das dauernde Anspannen des Unterarms und die Erschütterung von Waldboden oder Schotter ist es für den optischen Sensor eben nicht leicht, den Puls zu messen. Dennoch war das Ergebnis mehr als nur akzeptabel. Es gab vielleicht am Anfang ein paar kleine Unstimmigkeiten oder hier am Schluss sehen wir, dass die Pulsmessung der Venue einfach sehr verzögert war, bis sie den dann gefunden hat. Aber wie gesagt, ich finde das ist alles Meckern auf hohem Niveau. Bei den Krafttrainings, die ich gemacht habe, war ich positiv überrascht, denn die Leistung war dort auch ordentlich. Der Elevate 5 zeigt hier im Vergleich zur Vorgängervariante eine deutliche Verbesserung. Die Uhr erkennt eigentlich immer, wenn der Puls rauf und dann schnell wieder runter geht. Natürlich ist die Messung nicht perfekt, das war auch nicht zu erwarten, aber ich glaube, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Als nächstes sehen wir uns die GPS-Geneuigkeit an. In orange sehen wir hier die Messung der Epix Pro mit aktiviertem Multiband und im Blau die Venue 3. Und ja, bei freier Sicht ist es praktisch egal, ob die Uhr jetzt dann Multiband bzw. Dualband hat oder nicht. Die Leistung ist wirklich top und es gibt eigentlich kaum irgendwelche gröberen Unterschiede. Im Wald hätte ich mir eigentlich erwartet, dass dort Probleme mit der Messung auftauchen könnten, aber ich weiß nicht, wie Garmin das geschafft hat. Auch dort hat die Venue 3 keine allzu großen Probleme gemacht. Natürlich gibt es kleine Abweichungen, aber das ist bei anderen Uhren, die selbst Dualband haben. Auch und im Großen und Ganzen kann die Venue 3 da sehr gut mit der Epix Pro mithalten. Die Venue 3 präsentiert sich in meinen Tests als gute Mischung aus Sportuhr und Smartwatch. Sie bleibt aber definitiv mehr Sportuhr als Smartwatch. Die Akkulaufzeit ist solide und die neuen Features wie zum Beispiel der Schlafcoach oder das Trainingsfeedback gefallen mir sehr gut. Die Pulsmessung ist hervorragend und die GPS-Messung, obwohl nur Singleband, absolut zuverlässig. Aber einem muss klar sein, dass man mit der Uhr keine Forerunner oder keine Phoenix bzw. Epix bekommt. Denn so Sachen wie Trainingsvorschläge, Trainingszustand oder Bereitschaft, das findet man auf der Venue 3 nicht. So viel zumindest von mir. Wie gut gefällt euch die Uhr? Schreibt es mir in die Kommentare oder kommt in meine Telegram-Gruppe und wir plaudern darüber. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Das Like hilft beim Algorithmus und das Abo, damit ihr auch zukünftig keine Videos mehr verpasst. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal.